Putin lässt weiter seine Höllenwaffe los. Wie auf diesen Bildern zu sehen, feuert der Mehrfachraketenwerfer TOS-1A seine tödlichen thermobarischen Gefechtsköpfe, fast waagerecht auf Ziele in kurzer Distanz. Aufgenommen worden sind die Bilder zwischen Kherson und Mikolaiv und von Bild-Militärexperten als aktuell und echt eingeordnet. Hier im Süden hat die Ukraine eine Gegenoffensive in den letzten Tagen gestartet. Davon offenbar überrascht verteidigen sich die Russen hier nun mit einem Mehrfachraketenwerfer, der für den Beschuss auf kurze Distanz eigentlich nicht gemacht ist. Doch offenbar sind Granatwerfer und Panzer der Russen verstärkt im Osten der Ukraine im Einsatz. Auch wenn die russische Höllenwaffe im Nahkampf nicht immer richtig funktioniert, für die ukrainischen Soldaten ist sie dennoch ein tödlicher Gegner. Denn die Munition erzeugt nach der Detonation am Ziel ein Vakuum, die Luft in den Lungen der Soldaten wird entzogen. Eine Waffe aus der Hölle, die Putin nun offenbar als Notlösung hier zum Einsatz kommen lässt. Die Luft in den Lungen der Soldaten wird entzogen. Die Luft in den Lungen der Soldaten wird entzogen.